Nächsten Samstag geht es weiter, dann allerdings in der Liga. Da spielen wir gegen Spandau 04. Es kommt also zum Gipfeltreffen um 18 Uhr hier im Stadionbad. Spiele gegen Spandau sind immer sehr spannend, von daher kommt auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich. Spandau ist eine Mannschaft, die mit uns in der Champions League spielt. Die Spiele waren ausgeglichen, würde ich sagen. Mal hat Spandau die Nase vorn, mal wir, kommt vorbei. Wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir den längeren Atem haben in dieser Saison und dabei brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung.